Oh shit, er hat uns gar nicht gesehen. In die Höhle, komm schon. Oh nein, ich bin tot. Herzlich willkommen zu einem kleinen Battlefield 4 Multiplayer. Ich habe sowieso länger mein Projekt geplant. Ich bin hier auch nicht alleine, was eigentlich auch mein Projekt beinhalten würde. Aber dazu später mehr. Und wer ist denn hier bei mir? Hallo, ich bin der Franz. Der Franz ist hier. Ja, ich bin hetero. Er ist hetero. Er wäre frei, so können sie schauen. Hier ist übrigens auch vom letzten Sniper Video. Sprich, dieses 5 Sekunden Ding. Das war übrigens hier, für die Leute, die sich noch gefragt haben oder irgendeine andere Scheiße behaupten. Ja? Hier drauf, wo ich... Ich war, glaube ich, sogar in einem anderen Team. Ich bin hier gar nicht mehr drauf. Warum? Stimmt, ich war auf einem anderen Ding. Wo konnte man hier drauf? Bist du eigentlich in meinem Skont nicht, oder? Ja, doch, 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 doch. Ah, schau unter dir. Hallo! Hallo! Guck mal, ich habe hier ein Dildo für dich. Du kannst dich draufsetzen. Das ist nämlich ein sehr explosiver Dildo. Hardcore, baby. Hardcore. Hast du gesehen, wie der Dildo explodiert ist? So, nee, es bringt nur nichts, wenn wir auf dem Harrier stehen. Ja, Alter, bist du behindert, Alter? Wir sehen hier auf dem Harrier, Mann. Ja, gut, mein Problem, wie man gesehen hat, ist es nicht, ja? Biming! Warte. Oh mein Gott. Ich bin auch der Gegner. Bist du runtergesprungen? Ja. Warum hast du nur noch half hell? Das frage ich mich gerade auch. Ich glaube, du bist eher auf dem kaputten Heli der Masse, äh, oder es gibt ja ein Ding da gesprungen. So, warte mal. Warte, ich habe ein Boot. Ja, und ich habe einen Gegner im Visier. Soll ich schon mal vorfahren, oder soll ich auf die Warte? Warte, auf mich. Ich hätte ihn schon wieder fast gehittet, Alter, auf die Distanz. Komm raus, komm raus, komm raus. Okay, ich komme runter. Wuhu! Den, 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 den. Boot. Hör, 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 hör. Okay. Äh. Okay, ernst jetzt. Ernst? Gib ihm. Gib ihm. Kommt einfach der Heli. Da raucht schon. Das war, ich glaube, das war seine Abwehr. Ja, auf die Entfernung kannst du vergessen. Nicht, nicht auf Land setzen. Nein! Mit Jung. Keine Ahnung. Es macht nur Spaß, auf die Hürde zu schießen. Und ja, Leute, ich habe ein Hello Kitty auf meiner Knarre. Ganz aus dem einfachen Grund, go forkschnaffen. Unser Squad Leader hat übrigens gesagt, wir sollen da zu C, äh, doch zu C, ne? Gleich. Ich hoffe, das hat nicht übersteuert. Ach, Charlie, ich wollte auf deinen Kopf springen. Ich hoffe, das hat jetzt auch gar nicht übersteuert, Leute. Wenn ja, I'm sorry. Just a prank, da oben, auf dem Hügel. Was, der ist nicht tot? Nein, warum ist der nicht tot? Are you fucking kidding me, man? Wie oft haben wir jetzt dem in den Arsch geschossen? Meine Glocke ist leer. Oh, shit, Alter. Hast du Muni? Nee, du bist Medi-Kid. Aber Medi-Kid habe ich. Boah, was will ich mit Medi-Kid? Ich brauche Muni. Bist du Muni? Nee, brüchst, bist du nicht. Auf dem Strand habe ich markiert. Da landet ein... Oh, ich bin immer noch auf 500-G-Siebert, Alter. Wart. Oh, 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 oh. Haben. Wasserboot, Wasserboot. Kontakt. Ich hätte auch ein Landboot sehr, sehr merkwürdig gefunden. Warte, vielleicht ziehe ich wieder so eine Aktion ab. Vorsicht! Aufpassen. Boot, Boot, Boot. Ja, ich schieße ja gerade auf den Schützen. Titanic, 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 Titanic. Strand kommen zwei. Ich bin down! Ernsthaft? Ja, Little Bird. Auf dem Dach kommt einer. Hab ich. Ah, fuck, bin auch down. Little Bird hat mich. Ich werde mal auf eine, auf eine schnellere Sniper umwechseln. Dafür mache ich aber das Versorgung, damit ich habe Munition für uns beide. Und dann, ich mache auf Scharfschützen. Bei Old Man kannst du spawnen, ja? Hm? Bei Old Man spawnen. Bei den alten Sackler spawnen. Ja, Mann. So, ich habe jetzt... Warte drauf. Ich habe jetzt das... Wie heißt denn du eigentlich? Ingame? Franz Johann. Da bist du. Da Franz. Franz Johann. Jo, irgendwas mit Johann. Franz. Dann, Jo, Franz. So, jetzt leg mir mein Mäus. Guck mal, wo ist hierher schönes Haupt. Boot, 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 Boot. Mach mal das Boot kaputt. Womit denn? Was soll ich denn? Medepack, 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 Medepack. Ja, Medepack, Medepack. Medepack. Medepack, 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 Medepack. Helikopter. Helikopter, 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 wo, wo, wo? Genau, vor mir. Da oben. Ja, so weit kommen wir nicht. Du hast ein Rack... Ah, nee, du hast kein Racket. Go fuck, ja, schau mal. Ja, das bringt nichts mit deiner... Mit deiner AK, Alter. Ich habe keinen Schaden gemacht. Ah, Sniper! Oh, holy shit. Äh, er ist tot. 100. Oh, danke sehr. Wurde befördert. Nice. Wie erst mal, dass man es noch... Promoted! Promoted! Kennste? Nee. Nicht mal das kennt der, Alter. Battlefield Friends, musst du dir mal reinziehen. Das ist eine schlechte Idee, was du... Ich würde da nicht rüberschwimmen. Oh, das ist so schön hier. Dann würde ich mich aber... Oh, da ist ein Boot. Ja eben, deshalb drückst du ab und zu mal Steuerung. Das Boot hat mich jetzt. Leute, der kriegt mich! Ja, drück mal Steuerung, wenn du im Wasser bist. Dann tauchst du nur mal so nebenbei. Ach, tauchen kann man auch. Ja. Man sollst es nicht so lange machen. Ich glaube, das Boot schließt mich gleich, wenn ich hochkomme. Bleib am Leben, dann kann ich bei dir. Ich versuch's! Nein, nein, nein. Ich bin bei Oldman. Oldman stürzt ab. Scheiße. So, ich muss jetzt... Ich Idiot. Ich hätte ja auch immer... Nee. Das ist nicht mehr Pionier jetzt. Ich würde kurz auch für die Leute. Es ist sehr spät. Wir haben hier Scheiße spielen. Ich schiebe es einfach mal auf. Richtig. Oh, die SKs. Das SKs ist nice. Mehr, was Längeres. Nice. Die Fie-de-de-de-de-de-de-de. Uh, schwerer Lauf am Haunterfiel. Das wusste ich gar nicht. So. Äh. Äh, dann haben wir noch einen Raketenwerfer, glaube ich. Ja, ich sponne. Bei dir. Hoppala. Schluck auf. Doch, hier in dem Haus ist ja... Nein, nein, der Heli. Was? Da ist jemand. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Da ist noch jemand. Da ist eine Mine, aufpassen. Hinter dir ist jemand. Ah, ich war beim Nachladen. Fuck. Mach ihn kaputt, mach ihn kaputt. Ah, hinter mir ist auch einer. What the fuck? Wo kommen denn die, Oli, her? Fuck, ich sag dir, da geht es voll ab. Da müssen wir mal einen Heli oder so. Einen Nuke oder so. Steady of War. Naja. Warte, ich habe doch hier auch... Na, ich will jetzt nicht mit... Ja, das reicht schon. Was war denn das für eine Rakete, Alter? Keine Ahnung. Das war schon meine, aber warum hat die nicht getroffen? Das frage ich mich gerade... Ich seh ihn, ich seh ihn. Markieren. Ku, 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 ku. Hab ich doch, der ist schon markiert. Ku, ku, ku. Ku, da. Den. Da, 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 da. Hat er, hat er, hat ihn, hat ihn, hat ihn. Hör mal auf, ich habe sogar was freigeschaltet. Feldwebel. Alter, wie wir einfach beide draufrotzen, Alter, und nach 10 Minuten treffen wir, ne? Die Profis hier, die Navy Seals. Dann wird das verlächerlich, wenn ich mein Projekt erzähle, Alter. Äh, ganz, ja, ja, ganz, ganz viele am Berg habe ich dir markiert. Hast du ein Scharfschützengewehr? Ich habe... Ich, Ku, hau mal rein hier. Oh, jetzt kriegen wir. Jetzt fressen wir. Ich hätte schon mal ein Medikid geschmissen. Du hast das schon, ich verstecke mich dabei. I got it. I got it, bro. I got it. I don't know. Er hat Charged. Er hat Charged. Der hat rein, Alter. Der, der, der ist ja der Rambo hier vorne. Ich muss echt einen Sniper mit einem größten Scope nehmen, Alter. Just keep swimming. Wir haben die Kontrolltaufen, ne? Und mal so nebenbei. Also Steuerung. Oh Gott, auf dich. Schießt jemand, auf dich. Schießt jemand. Ach, was. Lauf. Guck nach vorne, weil da sind die Feinde. Langsam jetzt. Du hast unten rechts eine Minimap. Benutze sie. Oh ja, stimmt. Da war ja. Mich schießt jemand, aber ich weiß nicht wer. Ja, ich weiß. Kontakt, Kontakt, Kontakt. Ah, fuck. Ey. Da auf der überallliegenden Seite ist wieder so ein Scharfschützer. Behalte dich ins Boot. Mäst dich deiner Position. Komm zu mir, komm zu mir. Ich... Ah. Nein. Das Boot, Alter. Das Boot. Ah, nö. Komm zum alten Mann. Ich bin tot. Boah, wie... Ich spanne einfach bei dir. Ich müsste einen anderen Sniper nehmen, Alter. Das geht so nicht. So. Warum nehme ich überhaupt einen Sniper mal nicht? Warum macht ihr das? Ich weiß es nicht. Was ist denn eine gute, äh, äh... Pst, 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 pst? Ja, nehmen wir mal die hier. Das ist G36. Warum nicht? So. Ist das dieselbe Insel? Ja, und da gegenüber sind dann schöne Scharfschützen hier. Auf der anderen Insel, oder was? Ja. Ich weiß ja, wie der ist. Da unten läuft einer am Strand. Okay, der ist down. Oh, oh. Hier möchte ich mal mit einem Quad rüberfahren. Ja, hier wird gerade mit einem Sniper auf uns geschossen. Mach mal ein Foto von mir. Mach ein Foto von mir, Alter. Bist du behindert? Urlaub in der Gräbig? Oh mein Gott, da vorne ist jemand auf dem Berg. Alter, warum treff ich nicht? Ich brauche eine Brille, ey. Ey, Wahnsinn. Jetzt reicht es, Alter. Brauche ich eine Brille? Komm mal her, Boot. Ich repariere dich. Ah, scheißegal. Bist du im Boot? Nö. Wo bist du? Down. Warte, warte. Wissen Sie nicht auch an, Alter. Hol ich mir was anderes hier. Jetzt reicht es. Wow. Fuck. Hab ihn. Aber ich bin kein Medikid mehr. Du bist kein Medikid mehr. Warte, aber das glaube ich gut, weil das bin ich gleich wieder, weil ich nämlich eine Assault Rifle nehmen muss. Ich brauche einen Assault Rifle. Ja, Sanitätstasche. Ja, komm zu mir und gib mir gleich mal eine. Jetzt muss ich gucken, dass ich den richtigen nehme. Karabiner, 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 M4. Ja. Dann Sekundäros. Machen wir das 44er Magnum. Ja, man schießt auf mich. Die Skop drauf. Ich weiß nicht. Nice. Eine Lampe noch drunter, damit es fett aussieht. Guck dir meine Knarre an, Alter. Du bist tot. Ich spawne mal bei E. Bei Opa. Nein, du musst bei Opa spawnen. Ich kann nicht bei Opa spawnen. Ich bin bei E gespawnt. Wo bist du? Wo bist du? Hallo. Warte mal. Wir ändern hier. Was? Jetzt hat. Ja, Mann. Gib ihn. Triffhauten. Ich hoffe so. Boah, der ging weit aus daneben. Nee, links ist auch ein Heli. Ich ziehe mich auf den. Mal zu denen da. Ja. Das Problem ist, dass ein Baum im Weg ist. Das ist hier schon. Warte mal. Was? Was? Da ist einer. Guck mal. Wo denn? Da. Da? Ich wollte gerade mit meiner Merkling schießen. Mit meinem Eis. Mit meinem Magnum. Guck mir mal dieses grobe Ding hier an, was ich hier habe, Alter. Nice. Ja, komm. Ja, der ist da drüben. Lass mal hier ragen. Ragen? Okay. Ragen. Achso, nicht so. Ragen. 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 Wo bist du überhaupt, Alter? Was machst du da hinten? Lauf wieder zu einem Häuschen da hinten. Da sind ganz viele Feinde auf dem Berg. Ich habe sie auch markiert für dich. Ich bin bei Old Man, du Idiot. Wo bist du denn, Alter? Bist du bei Opa? Oh mein Gott, hier geht es zu sehr ab. Oh shit. Oh shit. Wo war ich dachte, ich bin dir hinterher gelaufen, Alter. Oh shit. Lebst du noch? Nee. Ja, kein Wunder. Jetzt spawnen wir bei dem Boot. Aufklärer hier. Bist du auch am Boot? Nee. Gut, dann nehme ich halt das. Wo bist du? Ich bin jetzt im Boot gespawnt, oder? Im Boot? Geh auf den Wolfgang. Nein, 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 ich bin auf so einen Chesky. Ich bin auf dein... Wo, vorweg, 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 vorweg. Das gibt Gummi, gibt Gummi. Ja, hier links, hier links. Lass uns hier auf. Da können wir dann... Ganz in Ruhe vorstoßen. Yowla. Ich dachte, wir fliegen weiter. Vorsicht, der Heli. Lauf einfach weg, Mann, von dem Heli. Lauf! Lauf! Oh nein! Habt ihr uns gar nicht gesehen? Haben müssen theoretisch welche gesehen? Oh, guck mal, wie schön! Oh, shit! Er hat uns gar nicht gesehen! In die Höhle, komm schon! Oh nein, ich bin tot! Wer ist bloß in die Höhle? Oh shit, der Heli! Ich bin raus! Dann mach! Aber mach auch! Oh, der war knapp! Go fuck yourself! Nice! Wie auch immer das war! Entweder hat es bei mir gerade mega geleckt! Oh, ich hatte die mit dem Revolver rausfetzen können! Wo ist denn hier eigentlich die Höhle? Achso, wir stehen auf der Höhle, du Pfeife! Ja! Da laufen ganz viele Feinde hier rum! Ja, weil die Höhle gerade woher noch feindlich war! Deshalb will ich ja in die Röhre rein! In die Höhle rein! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, Mann! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Er ist dauernd! Er ist dauernd! Er ist dauernd! Ja, ja! Ich merke, wie alle dauernd sind, die auf uns schießen! Einer! Er ist dauernd! Er ist dauernd! Ich weiß ja nicht mal wo! Haben wir was? Ja, ich seh sie! Ich seh zwei! Wo? Er hat mich diese blöde Sau! Ok, piep! Ah! 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 Dankeschön! Bitteschön! Jetzt krieg ich mal Punkte hier! Wo ist denn der Penner? Ach da! Ey! Ja! Nice, Alter! Der Raketenwerfer mal mit der Magnum noch gehintet! Da war noch jemand! Oh, ich brauche! Ich brauche das größte! Alter! Was ist das denn? Das ist der Heli! Nee! Nicht der Heli! Alles außer der Heli! Oh, scheiße! Das ist die Granate! Nicht der Defi! Oh! Ich muss mir echt lernen, die Tasten zu benutzen, statt das Mausrad, man! Schau mal! Beim Boot können wir spawnen! Bei dir! So, jetzt jetzt mal! Jetzt hau mal rein hier! Soll! Der brennt schon wieder! Oh! Warum? Warum nehm ich den Bogen, Alter? Was ist denn mit mir? Na, ACWR! Das wird schon reichen! Ich zeig dir mal meine geile M1911, Alter! Pass auf! Watch this shit! Wo bist du? Ich bin jetzt auf C, ja? Ja, ich bin bei dir! Ich brauche dringend Hilfe! Wir haben Einsatzziel Delta erobert! Ja, genau! Du stirbst doch nicht, gell! Wo ist er? Da oben ist er gelaufen! Wir haben ihn markiert! Die haben wir ihn bestimmt schon! Könntest du vielleicht das hier noch? Was das sauüber ist? Keine Ahnung! Aber ich messere es! Jetzt ist es tot! Geht'n ab hier! Geht'n ab hier! Hey! Was geht'n ab? Der Feuer! Am I gonna fuck you up! Fuck you up! So, haben wir irgendwo ein Flugobjekt, ein feindliches? Wenn ja, dann ist es gleich unten! Wir sind gerade Einsatzziel Delta verloren! Da ist ein feindlicher Helikopter! Genau! Wo ist es denn? Ich kämpfe jetzt noch runter! Soldat, greif du das Einsatzziel an! Scheiße! An jemand da! Ich krieg' dich trotzdem Arschloch! Nein! Äh, im, 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 im Flieger hinten! Echt? Ja! Der hinter mir! Da ist ein zweiter! Ich lauf' weg! Ich lauf' weg! Keine Ahnung! Mit nem Schildsteg! Jetzt da! Alter! Alter, wie er das Eis an der Kreuz drauf hat, Alter! What the fuck! Nein, das ist das KWA! Er hat auch einen eigenen Server! Guck' mal, mein M1911er an! Oh! Das bist du! Ich sag' dir, guck' mal, der M1911er an! Und er schießt auf mich, Alter! Guck' dir das Ding an! Du solltest jetzt mal zum Arzt gehen! Guck' vor! So! Wir müssen hier Krieg geben, ne? Wir hocken uns, wir hocken uns jetzt einfach hier! Was? Warte, ich geh mit nem Schild! Wie? Ich geh mit nem Schild voran! Ist alles sauber! Oh, die Richtung! Da ist einer! Da ist einer! Ich hab' ihn markiert! Ich seh' ihn! Ich brauch' echt ein anderes Visier! Da ist noch einer! Vorsicht! Heli von rechts! Und zwar sehr großer Heli! Egal, ich hab' das Schild! Aber gar nichts! Was?! Er ist ausgestiegen! Du bist da ausgestiegen! Er ist ausgestiegen! Und ich hab' die M1911 mit nem 2000fach Scope, Alter! Für Scheiße! Okay! Ich sollte echt weniger Saufenform aufnehmen, Alter! Scheiße! Was ist los, Alter? Was ist da los? Was schlappisch, du? Warum lauf' ich schon mit dem? Kontakt! Kontakt! Kontakt ist tot! Ja! Puh! Kontakt! Kontakt! Ja! Ja! Was ist da los? Nehmen wir mal die Mara Slack, Alter! Bist du tot? Bist du tot? Bist du tot? Ich geh' mal beim Europa gucken! Ich bin tot! Einfach tot! Ich hoffe, wir kriegen das hin jetzt! Ja, jetzt müssen wir echt anständig spielen! Heli! Der Heli! Ja, ich seh' kein Heli! Ich bin knappe, knappe! Komm schon! Warte mal, schwerer Laufschi rein! Warte mal! Oh, nice! Der Fahrzeug ist dumm! Ich bin auch im Heli! Ich bin doch nicht in nem Heli, du Pfeife! Ich bin in nem... Ich bin in nem Boot und schieß auf ein Heli! Der hat wieder gef... WTF?! Alter, Alter! Oh, shit, Alter! Leute, habt ihr das gesehen? Wie der Typ geflogen ist! Was? WTF, man? Blöd! Ey, Wahnsinn! Wahnsinn! Ohne Scheiß! Lander landet einfach bei Leuten... Bei 5 unserer Feinde und die haben grad unser Heli geklaut! Wir haben Einsatzziele Charlie neutralisiert! Mein Gott, ich werde aussteigen! Negativ! Wer ist du gerade? Nein! Was soll ich jetzt machen? Warten, bis ich abgeschlossen werde? Ne, du kannst raus, wenn du willst! Ich schieße hier auf alle Feinde, die hier rumfliegen! Oh, ich werde aussteigen, nur noch 3 und da kommt noch... Ich hab's dir noch gesagt! Ja, aber ich hab jetzt ein paar geholt! Zehn, zum Unku genau zu sein! Ich hab jetzt etwa neun oder so ein Case gemacht! So, ich bin jetzt wieder bei der, Franjo, geholt! Ich... Ich weiß nicht, ich mag die Map nicht! Ja, ist nicht die Geister Map, aber wir haben ja nur noch 2.100 Tickets! Ich hätte wieder ein Jetski! Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Mein Gott! Oh mein Gott, von wo denn? Ich hab keine Ahnung! Bleib doch mal locker! Bleib doch mal locker! Ich bin bei 30 Hertz, Alter! Bleib doch mal locker! Aha, dich hat's erwischt! Aber mich auch gleich! Warte, ich komme! Ich komme! Banzai! Nein! Nein! Lauf! Lauf! Nein! Nein! Ah! Du bist ein schlechter Schütze! Arschlecker! Arschlecker! Wir müssen uns nachher echt eine andere Map nehmen! Arschlecker! Arschlecker! Da schwimmt einer! Oh, leck mich doch am Arsch, Alter! Ich heute, ich komme! Ich bin behaftig! Oh scheiße, ich hab mir erst nen Melee-Kid gegeben! Du lebst! Ich lieg! Feck hier! Der Heli hat mich! Er hat Leute, die sind in die Höhle reingeflucht! Ich habe hier gerade eine Krise. Meine Hunde auch im Durchdrehen, falls man das gehört hat, Leute. Beim alten Mann, DK Spannen, der hat wieder ein Boot. Ich würde mal sagen, wir machen für diese Folge hier Ende und machen die nächste Folge, aber auf einer anderen Map, okay? So, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein. Euer Sanjay. Hey, ich bin noch nicht fertig, Mann. Wie immer, jeb jeb, meine Schweinebacken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Sanjay, PK, Bruce Willis. Haut rein. Tschüssi, brussi. Go fuck yourself.